Willkommen zum zweiten Teil der Serie, die neue Commerce Experience in CSP für Azure, in dem wir das Microsoft Customer Agreement genauer betrachten. Mein Name ist Irene Kisse, ich bin für Microsoft als Lizenz-Trainer tätig. Diese Serie umfasst 14 Module, die die neue Commerce Experience aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Das Modul Microsoft Customer Agreement ist für Mitarbeiter aus den Bereichen Management, Operations und Sales aller CSP-Partner relevant, egal ob sie Direct Partner, Indirect Provider oder Indirect Reseller sind. Wie funktioniert nun das Microsoft Customer Agreement im Vertriebskanal Breadth, also CSP? Grundsätzlich ist das Microsoft Customer Agreement ein vereinfachter Vertrag ohne Laufzeit und geeignet für alle Kunden, die Microsoft Produkte erwerben wollen. Vor dem Abschluss können sich Partner und Kunde den Vertrag zunächst unter dem angegebenen Link anschauen und als PDF herunterladen. Dabei kann man das gewünschte Land, die Sprache, den Kundentypus und das Segment auswählen. Das Microsoft Customer Agreement ist deswegen einfacher für den Kunden, weil er die Vertragsbestimmungen nur einmal akzeptiert und dann über jeden Vertriebsweg einkaufen kann. Breadth, das meint CSP-Partner, Enterprise, Microsoft interne Vertriebsmitarbeiter oder direkt über die Microsoft Website. Hat der Kunde ein Microsoft Customer Agreement einmal abgeschlossen, kann er darunter jederzeit auch über einen anderen Vertriebsweg oder einen anderen Partner einkaufen. Wie gewohnt gelten auch bei Microsoft Customer Agreement die Nutzungsbestimmungen für das jeweilige erworbene Produkt, die auf der Lizenzbestimmung im Website veröffentlicht sind. Bevor nun eine Bestellung für einen Kunden aufgegeben werden kann, müssen die Bestimmungen des Microsoft Customer Agreement angenommen werden. Dieser Screenshot zeigt den Teil des Prozesses, wenn ein neuer Kunde angelegt wird. Dabei hat der Partner zwei Optionen zur Auswahl, wie der Kunde anschließend die Vertragsbestimmungen annehmen kann. Verfügt der Partner über einen internen Prozess, dem Kunden das Microsoft Customer Agreement zu präsentieren und die Einwilligung des Kunden einzuholen, kann er bestätigen, dass der Kunde die Bestimmungen angenommen hat. Hier sieht man die Kontaktdaten der Person beim Kunden, die die Bestimmungen akzeptiert hat, sowie das Datum der Bestätigung. Alternativ kann der Partner dem Kunden einen Link schicken, über den das Microsoft Customer Agreement im Microsoft 365 Admin Center angenommen wird. Meldet sich der Kundenadmin im Microsoft 365 Admin Center an, kann er den Link nutzen, um das Microsoft Customer Agreement zu prüfen. Zur Annahme der Bestimmungen klickt er dann auf die kleine Box vor dem Text und anschließend auf den Button Accept. Daraufhin erhält er die Bestätigung, dass er das Microsoft Customer Agreement angenommen hat. Hat der Kunde die Bestimmungen des Microsoft Customer Agreement im Microsoft 365 Admin Center bereits angenommen, möglicherweise initiiert durch einen anderen Partner, wird das auf der Kontoseite des Kunden im Partner Center, sowie hier auf dem Screenshot gezeigt, angezeigt. Das bedeutet, dass der Partner dann keine weiteren Schritte mehr zur Annahme des Microsoft Customer Agreement unternehmen muss und Bestellungen für den Kunden aufgeben kann.